Herzlich Willkommen im Schwarzwaldstadion, obwohl du das Stadion ja schon ganz gut kennst. Stimmt das? Ja, mein erstes Profispiel war hier mit Metz und ich war auch diese Saison mit Mainz da. Ich fühle mich gut in Freiburg, meine Frau auch und ich muss noch meine neuen Kollegen lernen zu kennen. Ich will schön Samstag sein vor dem Spiel gegen Leverkusen und mit drei Punkten ich hoffe. Ich will nur 40 Punkte haben, schneller als möglich und das ist ein gutes Ziel, ich glaube.